Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Autos in Hooglu in Rüsselsheim. Mein Name ist Ibrahim Lall und ich werde Ihnen heute diesen Ford Kuga 1.5 mit 150 PS aus dem Modelljahr 2018 vorstellen. Zu den Ausstattungen gehören LED-Tagfahrlicht, 17 Zoll Aluminiumfelgen auf Allwetterreifen, einmal der Innenraum des Fahrzeuges, Teillederausstattung, 6-Gang-Getriebe, des Weiteren mit dem Kofferraum des Fahrzeuges, mit reichlich Platz für den nächsten Einkauf oder auch für den Urlaub. Zu der Innenausstattung des Fahrzeuges gehört die Lichtautomatik, Tempomat, Bordcomputer, Navigationssystem, die Sitzheizung, Lenkradheizung, das 6-Gang-Getriebe und die elektronische Parkbremse. Sollte ich Ihr Interesse geweckt haben, so würde ich mich freuen, Sie vor Ort persönlich beraten zu dürfen. Autohaus Inhooglu, die Familie Inhooglu und ihre Teams vom Verkauf und der Mehrmarkenwerkstatt freuen sich auf Ihren Besuch. Untertitelung des ZDF, 2020